Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin der Christoph und heute mache ich mal ein Video in der Reihe Linux produktiv im Einsatz. Wenn mir ein Programm fehlt, kann ich denn nicht auch ein Windows Programm installieren? Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann hinterlasst doch ein Like. Wenn ihr Fragen habt, dann ab in die Kommentare. Wenn ihr noch kein Abo habt, abonniert doch bitte meinen Channel und das Glöckchen. Das könnt ihr auch noch benutzen, um zum nächsten Video benachrichtigt zu werden. Ich nutze nun seit mehreren Wochen, also drei, vier Wochen, Linux Mint. Einmal hier auf meinem Arbeitsplatz und einmal auf meinem Notebook. Ich staune, wie gut es tatsächlich funktioniert, ohne Microsoft-Programme und auch ohne Microsoft Cloud im Berufsleben eigentlich erst mal voranzukommen. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass in unserer Firma unsere Warenwirtschaft, ERP, unsere ganzen Ticketsysteme, alles wir haben webbasiert ist und wir dadurch gar keine wirkliche native Unterstützung von irgendeinem Betriebssystem brauchen. Wir brauchen eigentlich nur den aktuellen Browser in ganz vielen Fällen. Auch hier mit dem Linux Mint sehr zufrieden. Team Drive als unsere hochsichere Synchronisationslösung klappt tadellos. Unsere Drucker im Netzwerk wurden auch tadellos mit allen Funktionen, die wir benötigen, erkannt, ohne dass wir Hand anlegen mussten. Wir testen jetzt aktuell das Arbeiten mit Thunderbird. Im klassischen nutzen wir Outlook mit der Office Cloud bei uns im Betrieb. Ich nutze das mal hier jetzt mit Thunderbird, mache Experimente mit Sogo, um halt nativ auf Android und Apple Handys Kalender und Kontakte synchronisieren zu können und dann natürlich eine Integration in Thunderbird beziehungsweise vielleicht auch in Outlook. Da haben wir auch schon sehr gute Ergebnisse erzielt, sind aber noch nicht so hundertprozentig zufrieden vom Handling her, also was die Verwaltbarkeit angeht. Aber ich denke, das wird sich noch geben, wenn die Erfahrungswerte da sind. Und eigentlich gibt es aktuell nur zwei wirkliche kritische Punkte, wo ich an meiner Windows-Dose nicht vorbeikomme. Das ist einmal das Videoschnittprogramm und einmal Grafiksoftware. Es gibt zwar DaVinci Resolve auch für Linux. Das läuft aber leider Gottes nicht so stabil, wie ich das benötige. Und das Zweite sind Fotobearbeitungsprogramme. Es gibt zwar GIMP. GIMP ist aber in meinen Augen kein Ersatz für eine professionelle Fotobearbeitungssoftware. Unter anderem auch, weil bestimmte Plugins, die ich benötige, nicht in GIMP integrierbar sind. Wir benutzen bei uns in der Firma vorwiegend Affinity-Programme. Die Creative Cloud von Adobe kommt für uns nicht so in Frage, weil wir sind ja jetzt keine Grafiker, die das Werkzeug jeden Tag brauchen. Und für die sporadischen Einsätze ist die Adobe-Lizenz einfach ein Ticken zu teuer. So, und mit den Affinity-Produkten arbeiten jetzt seit 2018, sind sehr, sehr zufrieden. So, jetzt will ich bloß mal so an einem kleinen Beispiel zeigen, dass das nicht unbedingt ein Problem ist, wenn man ein Programm braucht und auf Linux es dieses Programm nicht gibt oder beziehungsweise keinen adäquaten Ersatz. So, eins dieser Programme ist zum Beispiel HIDI-SQL. Das benutze ich, um zum Beispiel, wenn ich meine Entwicklungen mache, oder Import oder Exports zu machen, um komfortabel sozusagen die Datenbank zu verwalten. Das heißt, ich kann damit MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Firebird und so weiter mit einem Tool managen und habe nicht diese Einschränkungen, die teilweise über webbasierte Oberflächen einhergehen. Also zum Beispiel Dauer oder Größen oder Limits. Das heißt, dort muss man ständig an den Web-Applikationen rumfallen, damit dann zum Beispiel, wenn man sehr große, komplexe Sachen macht, das überhaupt noch läuft, habe ich keine Lust drauf. Ich brauche diese großen Performance-Geschichten oder riesen Datenmengen-Schaufeln oder sowas, brauche ich ja nur in dem Fall. Also dann für den produktiven Einsatz des Produktes brauche ich das ja nicht mehr. So, da gibt es hier unter Linux Mint und wie auch unter vielen anderen Betriebssystemen oder Linux-Systemen die Möglichkeit, das in der Regel über den App Store sich Vine zu installieren. Vine ist im Prinzip, wird so eine Kompatibilitätsschicht bei Linux eingebracht, die es ermöglicht, halt auch Exit-Dateien unter oder Microsoft-ausführbare Dateien unter Linux auszuführen. Also das ist keine virtuelle Maschine im klassischen Sinn oder sowas, sondern das wird schon so halb nativ auf Linux ausgeführt und es wird sozusagen eine Windows-ähnliche Umgebung simuliert. So, hier zum Beispiel in der Paketverwaltung von Linux Mint, da haben wir dann gleich das mehrmals drin. Einmal ist hier oben ein Vine, das ist alles unterschiedlich benannt. Das ist eine 6.0 Version, die ist schon relativ alt, also will ich nicht benutzen. Dann haben wir hier nochmal ein Vine, die ist sogar noch älter, das ist eine 5.0 Version, will ich auch nicht benutzen. Und dann gibt es noch einmal eine Flatpack-Version, also so eine Flatpack-Version, die läuft so ziemlich dann auf jedem System, ohne speziell jetzt für dieses System kompiliert zu sein. Und das ist eine 8.02, das ist sogar eine ganz aktuelle Version. So, die habe ich schon mal getestet, war ich nicht so zufrieden. Das Problem ist, es ließ sich tadellos installieren. Auch Heidi SQL ließ sich tadellos installieren. Bloß beim automatischen Anlegen der Verknüpfungen, dann hat das Ding versagt. Also da war die Config nicht korrekt oder war komplett falsch sozusagen. Das habe ich zwar mit einiger Bastelei hinbekommen, dass es dann funktioniert hat, aber das ist ja für den autonormalen Nutzer schon erstmal wieder nicht brauchbar. Also fällt dieses ganze Ding erstmal aus, das so zu benutzen, Stand heute. Also kann sein, dass es in einem halben Jahr oder in einem Jahr dann anders ist. Kann auch sein, dass die Integration bei dieser und dieser Installation auch gut funktioniert. Aber wie gesagt, das ist halt eine zu alte Version. Auf jeden Fall, diese Flatpack-Version hat das nicht funktioniert. So, also gehen wir jetzt mal so den zweiten Weg und zwar, wenn wir einfach mal das über die Webseite installieren. Ja, vielleicht mal richtig eintippen. Aber es ist relativ einfach, ist alles gut erklärt und man muss es halt sozusagen mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung machen. So, also das heißt, wir sehen hier eine stabile Version 8.02. Die 8.18 ist eine Entwickler-Version, würde ich jetzt in dem Fall nicht benutzen. Also gerade im Produktiven würde ich immer nur stabile Version. Also da ist hier kein Bugs drin sein, mit denen will man sich nicht beschäftigen. Nicht wirklich. So, dann haben wir hier eine Download-Seite. Und dann ist das hier leider nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte, dass man hier einfach so eine DEB-Datei, was unter Linux Mint oder Ubuntu oder Devian halt ist, runterlädt und einfach installieren kann. Sondern man muss halt hier so einen Weg hin. Also wir als Linux-Mint-Nutzer nehmen hier die Ubuntu-Variante, weil Linux Mint auf Ubuntu basiert. Und wir sehen, dass Linux Mint 21 basiert hier auf der Version 2204. Also nutzen wir diese Variante. So, und jetzt sieht es schon wieder ein bisschen expertentechnisch aus. Ist es aber eigentlich nicht, weil man einfach nur von oben nach unten abarbeiten muss. Dazu öffnen wir das Terminal. Wenn das hier nicht drin ist, sucht man das einfach hier oben übers Links. Oder in der Regel hat man es hier an der Seite drin. Zumindest bei Linux Mint. Aber auch bei allen anderen ist es eigentlich relativ nah über, sozusagen, das Menü irgendwie zu finden. Ansonsten einfach nur Terminal eintippen und dann findet man das. So, starten wir das mal. Wir machen richtig anklicken. So, dann haben wir hier das Terminal. Wir sind hier jetzt als normaler Benutzer eingeloggt. Da ist ja immer überall das Sudo davor geklemmt, damit wir dann sozusagen die entsprechenden Rechte haben, das richtig uns einzurichten. Das hier oben brauche ich nicht. Also zumindest habe ich das nicht benötigt. Also wir kopieren einfach nur von oben nach unten durch. So, dann geben wir hier einmal das Passwort ein. So, dann ziehen wir uns die Keys runter. So, das geht recht schnell. Und hier ziehen wir sozusagen, tun wir unserem Paketmanager die Quellen für das Wine von WineHQ hinzufügen. Jetzt müssen wir die Quellen noch, also der Paketmanager sollte die Quellen jetzt noch mal abrufen, damit er dann auch die da enthaltenen Programme findet. So, das haben wir auch. So, und wenn man jetzt hier auch weiter runter geht, dann hat man jetzt hier die Möglichkeit, drei Varianten. Wir nehmen den Stable-Branch. So, und installieren das Ganze mal. Stütigen das mit Ja. Ja, das sieht immer so aus, als ob man sehr viel Ahnung hat und jetzt der totale Hacker ist. Aber naja, als Linux-Nutzer, egal ob Laie oder Nicht-Laie, auf die eine oder andere Art wird man mit der Konsole öfters mal belästigt, sag ich mal. Manche mögen es. Ich bin halt der Fan, Software sollte einfach sein und es sollte immer komfortable Assistenten für alles geben. Gut, aber wenn das jetzt hier so mit der Anleitung ohne Schwierigkeiten funktioniert, ist das alles okay. Also solange man nicht jetzt anfangen muss, irgendwo kompliziert in irgendwelchen Konfigures rumzubasteln oder erst mal zu recherchieren, weil man irgendwelche Abhängigkeiten hat, die man vielleicht überhaupt nicht versteht, was von einem gewollt wird. Also dann ist das, sagen wir, für den autonormalen Nutzer schon eigentlich gar nicht mehr brauchbar. So, aber wie gesagt, Thunderbird läuft gut. Ich habe hier Firefox und den Brave-Browser installiert, bin auch sehr zufrieden, ist schon fertig. Als Office habe ich jetzt das LibreOffice drauf, bin aber noch am Testen von anderen Office-Paketen, also alternativ zu Microsoft Office. Aber das sieht auch sehr gut aus, dass meine Bedürfnisse damit in großen Grenzen erfüllt werden. So, jetzt haben wir das installiert. Wir müssen jetzt auch keinen Neustart oder irgendetwas machen. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, ob wir unser ID.SQL installiert bekommen. Das heißt, wir haben es ja hier schon. Und dann haben wir hier mal. Also übrigens, mein HQ hat auch so eine App-DB, wo man schauen kann, ob da jemand schon getestet hat. Habe ich aber festgestellt, dass die Tests teilweise wirklich sehr alt schon sind und mit alten Versionen getestet wurde. Ob jetzt ein aktuelles Programm damit läuft, das sollte man dann wirklich mal selber ausprobieren. Bei den kleineren Tools wie ID.SQL, da sieht das sehr gut aus. Da sind die Abhängigkeiten nicht so sehr hoch. Das mag ich auf solchen Webseiten, wo man offiziell was runterlädt, dass dann auch irgendwelche Ads immer sind. Sehr schön. So, dann haben wir hier das ID.SQL runtergeladen als Excel-Datei. Und wir probieren es jetzt mal ganz klassisch wie ein Windows-Benutzer und klicken das einfach an. Und was sehen wir? Es läuft der Installer an. Also das Wine hat sofort erkannt, dass das jetzt in Excel ist und deshalb wurde das Wine auch sofort gestartet. Also das heißt, die Integration von Wine ist soweit schon mal super, dass man nicht extra auswählen muss, dass das jetzt mit Wine geöffnet werden muss und irgendwelche Configs machen soll. Also das ist wirklich gelungen. So, installieren. Also das heißt, jetzt muss er noch ein Modul runterladen, damit das ausgeführt wird. Und das macht er jetzt gerade, weil er irgendwelche Abhängigkeiten da noch erkannt hat. So, erledigt. Und jetzt startet der Installer von ID.SQL. So, natürlich wollen wir das für alle Benutzer machen. Die akzeptieren die Simulungen. Sieht alles sehr gut aus. Also ich habe unter anderem auch Icon auf dem Desktop erstellen angeklickt gehabt. Und ich mache das jetzt mal nicht automatisch, sondern wir machen hier einfach mal Fertigstellen. Und jetzt klicken wir einfach das mal runter. Und dann sehen wir, hier haben wir im Prinzip ID.SQL auf dem Desktop hinterlegt. Und es ist hier ein neuer Menüeintrag Wine entstanden. Und da ist das ID.SQL auch drin. Also das funktioniert erst mal total gut. Und wo macht er denn das jetzt hin? Also das zeige ich mal ganz kurz, wenn wir hier gehen in unseren persönlichen Ordner. Sehen wir jetzt hier nicht. Dann können wir uns mal hier, das ist so ähnlich wie unter Windows, diese App-Data, die man auch nie sieht. Und sich immer extra erst mal eingeladen ist. Verborgene Dateien. So, und da haben wir hier einen Eintrag Wine. Und hier sehen wir schon 3.FC, also das ist im Prinzip das Laufwerk C für Wine, also für die Programme. Das ist hier drin. Und hier sehen wir jetzt Programm Files, ID.SQL. Und hier ist das Ganze installiert. Ist wunderprächtig. So, dann starten wir mal das ID.SQL. So, sehen, funktioniert. Sieht ein bisschen hässlich aus. Wahrscheinlich, weil hier noch ein älteres Oberflächen-Framework verwendet wird. Also es ist nicht so hundertprozentig like Windows 10 oder sowas. Eher so Windows 7 oder älter. Ist aber egal, wichtig ist, dass es funktioniert. So, dann tun wir mal eine neue Verbindung herstellen. Und zwar machen wir das mal zu meinem Entwicklungsrechner. Dem habe ich, sagen wir, die MariaDB freigegeben, dass die über das Netzwerk erreichbar ist für den Root-User. Das ist jetzt hier in meinem isolierten Netzwerk okay. Ansonsten macht man das ja normalerweise nicht. Aber wir wollen ja einfach nochmal testen, ob das hier so funktioniert. Also das ist eines der Werkzeuge, die ich deshalb gerne verwende, weil man hier so viele Möglichkeiten hat, über ein Tool mehrere Datenbanken anzusprechen. So, öffnen. Ja, wir haben es geändert und haben gesehen, das ging super schnell. Also der hat sich wirklich sehr schnell auf meinen zweiten Rechner verbunden, wo ich die Datenbank drauf habe. Und es funktioniert auch völlig tadellos, das Ganze. Ja, also wunderschön. So ein bisschen eigen ist das, wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt meine SQL-Datenbanken. Also dieser Assistent, der sieht ja so gar nicht Windows-like aus. Also ist ein bisschen komisch, alles so ein bisschen altbacken. Ist aber ehrlich gesagt auch egal, weil es muss funktionieren. So, das, was man jetzt hier verstehen muss, das ist bei allen, sag ich mal, Wein-basierten Programmen, das ist im Prinzip diese simulierte Windows-C-Platte, die wir halt hier in diesen Ordner hier drin finden. Also die hier wirklich unten drunter ist, dieses 3FC, das ist im Prinzip hier das Laufwerk C. So, jetzt will man aber natürlich auch Dateien exportieren und importieren, zum Beispiel hier bei diesem Tool, die ja sozusagen in diesen ganzen Linux-Ordnern liegen. Das haben die ganz nett gemacht, also indem die hier ein Laufwerk Z einfach hinzugefügt haben. Und dann ist man im Prinzip auf der oberen Ebene, das heißt direkt, das ist hier oben, das ist ein bisschen merkwürdig. Ja, genau. Also das direkt im Prinzip in der obersten Ebene. Und jetzt kann man sich natürlich dorthin navigieren, wo man will. Wenn man jetzt mit einem normalen Benutzer ist, also der versierte Linux-Nutzer, der weiß das ja natürlich, dass sozusagen die Benutzer hier in Home ihre eigenen Laufwerke drin haben. Das ist unter Windows, ist es Users oder bei Apple ist es auch Users, sozusagen. Aber unter Linux ist das hier, also darf man sich nicht täuschen, dass es hier einen USR-Ordner gibt, sondern hier unter Home sind die User angelegt. Ist zumindest bei fast allen Betriebs-Linux-Systemen, die ich kenne, ist das so. So, Ausnahme der Root-User, aber mit dem sollte man ja nicht arbeiten. So, und das heißt, jetzt haben wir hier C und jetzt könnte man hier jetzt eine SQL-Datei zum Beispiel öffnen oder auch einen Export dahin machen. Wir können ja auch nochmal ein zweites Programm probieren, ob das denn auch geht. Also, was lieben wir denn alle als vorwählte Windows-User, zum Beispiel 7-Zip. Ja, das gibt zwar so eine Portierung von 7-Zip auf Linux, Mint und auch Ubuntu, aber die ist nicht, hat nicht den Funktionsumfang. Also, zumindest nicht die GUI, die es dazu gibt, wie die Variante, die wir hier haben. Und wir probieren es einfach öffnen wieder. Und wir sehen, der hat das auch sofort in den Installer gestartet, also dieses Excel-Installer. Und das heißt, das Wein, das funktioniert hier völlig tadellos. So. Jetzt haben wir hier unter Wein unser 7-Zip. Ja, das öffnet sich. So, und hier sieht man aber dann jetzt schon einen kleinen Nachteil. Und zwar, wenn ich jetzt hier gehe auf den Ordner, Dokumente, ja, und ich würde jetzt zum Beispiel wollen, diesen Ordner hier komprimieren. Na, also die Integration hier in diesen, in das Kontextmenü, das funktioniert hier so nicht. Also, wir haben ja den Standard-Komprimierungsbutton. Das ist aber dann nicht das 7-Zip. Das heißt, hier in dem Fall müsste man dann wirklich den File-Manager öffnen und müsste sozusagen hier über die Pakete oder Menüs sozusagen ein entsprechendes Paket konfigurieren. Na, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so das große Problem. Also, kleinere Programme, die waren in der Regel kein Problem, haben fast alles soweit funktioniert. Wenn es ein bisschen komplizierter wird oder komplexer wird, wie zum Beispiel hier jetzt in dem Fall Affinity Photo. Da musste ich auf jeden Fall schon wesentlich mehr Hand anlegen. Das will ich jetzt hier nicht zeigen, weil das ist schon für einen normalen Nutzer nicht mehr praktikabel. Na, auch spätestens mit dem nächsten Update wird das wahrscheinlich mit dem Affinity schon wieder nicht funktionieren. Da muss man wieder nachbasteln. Und die Version, also das ist jetzt die Version 1.10 von Affinity. Die aktuelle Version 2.2 habe ich zum Beispiel auch nicht in Gang bekommen. Also, es gibt da zwar hier oder da Anleitungen dazu, aber ich habe es nicht hinbekommen, dass es funktioniert. Also, die 1.10 Version, die läuft jetzt. Die kann man nutzen. Aber, wie gesagt, und ich denke mal bei Adobe Acrobat oder bei Adobe Allgemein, Adobe Produkten wird es noch komplizierter, weil die ganzen Komponenten, die da vorwendet werden, ja, das sind so viele Abhängigkeiten, die sind noch schwer herzustellen. So, das war jetzt mal so ein ganz kleiner Rundumschlag. Ich denke, man hat so einen kleinen Einblick bekommen. Grundsätzlich sage ich, ja, solange man ein normales Office betreibt und so ein bisschen darauf achtet, dass man Software einsetzt, die halt unter Linux unterstützt wird, beziehungsweise auch sozusagen, dass die Software am Ende gleich browserbasiert ist, wird man wenig Probleme haben. Das ist, sage ich mal, ähnlich, wie wenn man jetzt Apple Produkte einsetzt. Wobei man bei Apple immer sagen muss, dass wir dort immer noch Adobe und Logix und auch Affinity nativ haben. Würde ich mir wünschen, dass ein paar Hersteller da vielleicht ein bisschen was tun in die Richtung. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, ein Like, Abo ist immer super für mich, freue ich mich sehr darüber. Ansonsten wünsche ich euch einen Rest, schöne Woche. Tschüss, euer Christoph.